Hi, ich bin Simon, ich bin Radio Brocken Sachsen-Anhalt Reporter. Für mich geht es mal schon ganz früh am Morgen raus, dann ist es meistens noch dunkel draußen. Ab in den Reporter-Transporter und quer durch das wunderschöne Sachsen-Anhalt. Mit mir geht es dann jeden Tag zu den herrlichsten und schönsten Orten in unserem Land. Zum Beispiel heute hier am Mulde-Stausee. Und das Coole ist wirklich, jeden Morgen sehe ich einen richtig schönen Sonnenaufgang. Und die herrlichen Orte, die gibt es dann auch noch dazu. Das Beste in Sachsen-Anhalt darf ich jeden Tag sehen. Wenn ich nicht gerade hier bin, dann bin ich vielleicht auf einer Apfelplantage und pflück ein paar Äpfel, spreche mit Sportlern oder Politikern. Abwechslung gibt es immer. Und jetzt bin ich wieder im Funkhaus gelandet. Hier wird alles produziert, hier werden die Texte geschrieben. Der nächste Tag wird hier vorbereitet und hinten in der Redaktion sind auch alle hier fleißig am Werkeln. Und wenn du auch Bock hast, Teil unseres Teams zu werden, mit mir draußen unterwegs zu sein, aber auch hier drinnen ganz viel zu machen und vor allem Radio zu machen, dann bewirb dich einfach bei uns. Hier bei Radio Brocken. Die Radio Brocken, Sachsen-Anhalt Reporter.